hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu ich hab die nacht jetzt überstanden wir gehen jetzt da raus du kannst nicht mal stirbt grausamen todes du ich sag nichts ich habe außerdem ja ich weiß nicht ob es aufgefallen ist ich habe die ganzen videos wieder von kinderfreundlich entfernt aus den ganz einfachen grund bei youtube auf die schlaue idee gekommen ist es zu sagen sobald ich sie auf kinderfreundlich halte die ganzen kommentare zu deaktivieren grandiose sache youtube ich habe es nicht gemerkt nach 50 folgen ja jetzt 50 50 folgen wieder umstellen so dass ich jetzt das für komische pflanzen cotton das ist wilder cotton dass man wieder kommentare schreiben kann ich bin ein schlauer mensch sehr schlau iq von baum stammen hier so ich wir wollten jetzt im dorf um mal zu gucken was dort abgeht ich sehe da vorne was und da will ich darauf und am besten sofort direkt wow sieht ihr das denn der ferne also scheiß mal darauf dass sie gerade gold ist aber was zum feck könnte das öl hochschwimmen rein theoretisch oder in den blauen bergen wohnen au wir da in den blauen bergen wohnen wir das geht über die wolken ein hühnchen wartet ihr schon mal da oben und wie ist es da oben wie ist die aussicht ich will es wissen ein über diamanten gold oh mein gott ok ich glaube diese option mit ich muss hier rauskommen ich bewege mich fast gar nicht was ist das denn ok öl ist wohl doch keine option außer man will tiere festhängen lass mich raus ja ok natürlich werden das mal essen die da rausholen äh essen wir heute ein bisschen omelette wir essen mal die raspberries eine schöne runde raspberries hier ok wie kommen wir da am besten hoch jetzt brauchst du so epische musik da 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 aber ich habe cobblestone dabei so nicht allzu viel aber sollte reichen um wenigstens ein teil des berges nach oben dann wenn ich hier echt wunder muss ich jetzt wieder wegbauen auch gottes höhle kein bedarf in dem moment da werde ich hoch so noch eins höher wenn ich überlegt dass ich eigentlich vor vier stunden alles aufgenommen haben wollte bin ich wieder wir haben es geschafft wow wow halt überall gold wow fuck ist hier mega cool riesige hohe berge die blauen berge wo sind die roten berge jetzt sind wir in der wolke wir können über den wolken bauen oh mein gott ist das geil und endlich weiten drinnen ist eine festung wie weit gehen die blauen berge hier wir sind gerade da hochgehüpft und jetzt sind wir hier lang wir müssen nur den blauen bergen folgen und dann sind wir direkt da wie genial ist das denn dann würde ich mal sagen ab den blauen bergen hinterher oder da unten soll irgendwas sein oder nicht wenn ich jetzt wieder runterhüpfen muss ich mir den scheiß antun und wieder hochlaufen da darf ich jetzt auf diese kleinen bock hier oben so richtig großes dorf bauen das blaue berge dort von den zwerg oder sowas oh mein gott geil ich will hier nie da ging es ein bisschen runter Aua es war jetzt gerade nicht so angenehm scheiße ich brauche ein Frühwarnsystem scheiße scheiße ja sag mir doch jemand dass es da verdammt nochmal runter geht was ist denn dieses blöde Dorf scheiße ich fliege einfach mal so straight zu den Blöcken runter vorsichtig das müsste ich doch langsam ankommen die blauen berge sind doch gar nicht so lang gewesen oder oh gott dann wieder heimlaufen ich freue mich alles außerhalb einer Aufnahme machen wir sind voll viel Viertel wo ist das Dorf also nach Karte war es doch hier irgendwo in der Nähe ah noch da durch die Berge durch ok ich muss jetzt versuchen ohne zu sterben den Berg wieder runter zu kommen ihr wollt mich verarschen man hat gerade gesehen wie gut dieser landet auf einer geraden Fläche wo einmal ein Abhang ist runter kommen jetzt schickt ihr mich den ganzen Berg runter schau sie nein verpasst Au nochmal schnell Eiersalat gegessen um auch ja gesund zu bleiben das ist ganz viel was ist denn das denn was bist du oh ne nimm mal mit man kann nie zu wenig Barley haben und das fragt mich nicht wieso aber hier bauen wir bestimmt auch gar hier ist ein bisschen cliffiger da kann man hier was die blauen Berge hoch ein Aufzug oder sowas wie schaust denn du aus Alter ich hab mich voll erschrocken was war das denn das hat sich schon halb angehört wie so Pikachu wir haben es geschafft wir sind endlich da hallo Freunde ich komme in Frieden was zur Hölle habt ihr hier gebaut ok was ist das denn er ist bei Eis eiskalt ich plünder jetzt auf mir scheißegal Iron Glaive Iron Knife Diamanten sind schon mal gut Eisenrüstung ja ich hab jetzt nicht so viel platz aber Brot ist gleich keine Brot in dem Fall da Melonen ich glaub irgendwie dass das hier so ein bisschen corrupted ist Eisenholzstiefel was ok aber so spannendes ist jetzt hier auch nicht dabei die spannenden Häuser kommen sie hier noch oder Leute aber was ist das denn morgen ein Gerber der gibt mir für vielleicht ja der will viel krachten Diamantos im Ernst Ducktape ich wollte mich grad einfach verarschen ein Iron Schild ich bin doch kein Schild Nette Hütte aber komplett wertlos äh ja ist meine Meinung lass das Haus komplett wertlos hier ok das Dorf hat auch ein bisschen Schräglage gegeben hier da wer Wolle für ein Wett oh mein Gott geil ich muss bedeutet nur da hochkommen und mir was von der Wolle stiebitzen kommt so schwer servus was ist glowing bread jetzt gehts ab Festbrot was zum Trick Honig Honig Brot Wollte mir nur was mit der Wolle mal schnell klauen dann gehen wir noch ein Stück früher irgendwo kann man noch bestimmt hier schlafen gehen ah schau dann hier ist auch ein Drafting ah scheiße ich brauch drei Wolle ne ja nimm mal schnell erst dir äh so Drei Wolle Drei Wolle ich hab keinen Platz mehr im Inventar kann das sein ein weißes Bett den Knopf will ich nicht und den Bali tun wir nachher rum Alter schlafen wir eine Runde und dann ich nehm jetzt mit wieder das ist gleich sicherer wenn wir das immer dabei haben kann ich da noch höher? ja kann ich warte mal vielleicht finden wir noch was geiles das wär mal genial mal ne Kur ein electric wrench key uses loss was for key usage lossless use left 15 disabled losslessness hä Zinhelm unnütz aber das teilnehmen mit es ist das elektronische und was kommt denn das eigentlich das ist von industrial craft classic oh ja ne ho bravissimo ey dafür hat es sich jetzt echt gelohnt bravissimo wow viel runter lass mich runter da steig runter ue ja ne 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 schau mal von nen ne 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 wissen nicht wie der mut sich aufbaut ob der flieger morgen zehn gold und muss machen habt ihr keine anderen rumverkäufer irgendwie ein rest dauern und dafür kriege ich was die leeren normalen dorfhäuser sind schon irgendwie verstehe ich warum die dörfer nicht irgendwie so eine fläche erzeugen ein kürbisbrot denn mal die bali sie hier essen ist bei uns ja eine ganz ganz wichtige sache moment ihr habt ein verbindungsweg ihr gehört zusammen moment okay noch dieses haus alter okay ich bin voll ich habe keinen platz mehr das ist jetzt er ist also hier die ja ja ist aber es schaut geil aus sie schon lassen verkaufst du was du bist gut 30 gleise der leise werden kann ja nicht nur für eine verbindung die schmiede in kartman du hast die selben sachen der gerber ist es ist dasselbe aber schauen wir an das schatten wir auch eher genau also was auch immer was soll ist das denn nichts auch nicht so ist eine redstone ein platin schwert okay schlecht stand lever legging leggins war was aber hier werden bogen mit fallen sogar sehr vielen fallen schon ist an direkt schaden ist das ich lass mal die magic sachen hier weil ich glaub ein bogen zu haben teilweise gar nicht doof ich bin einfach so voll mittlerweile und nicht im sinne von bier das wäre geil ist auch mal wieder zu sein richtig geiles trinken handbetriebenes waldsberg heiliger bim bam was ist geht hier eine hölzer in der tnt war vielleicht werden schieb ich mal nicht doof ein prellblock gleiszubehör und was hast du ja ich habe ein prellblock gleiszubehör erhalten hier ja ne ok jetzt sind wir es dann eh gleich bald durch das dorf oder ein kartograf moin moin junge was gibt's du von woher glück drei oh mein gott wir bauern 30 mal akt und buch mal kurz zur realisation dark boots endereo micro anvil energetische super sprung gott die will ich haben was lasse ich da was lasse ich da was lasse ich da die eine kohle ich komme euch nochmal aus weil beziehungsweise ich ziehe zu euch eiskalt ihr habt so viele geile sachen hier oh mein gott von des glücks gebäude wer will kein gebäude mit glück haben wer bist du du warst doch da ist mein mensch stopp deswegen verkauf sie schienen und wer bist du das eine rote robe resonatet redstone crystal see the exercise menu for more infos ich mach's mal was für ein geschäft oh er ist jetzt happy aber ein weiteres geschäft gibt es mir nicht ne schade schade wäre jetzt zu cool gewesen aber leute ich würde sagen das war es auch für diese folge ich hoffe euch hat es gefallen jetzt lasst mich rein gefallen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wo ich dann zurück bei uns daheim bin und diese sache mal ausprobiere hier weil hallo lactic wrench oder dark boots das ist viel mehr hier oh mein gott und vor allem super sprung schaut euch das an also bis zur nächsten folge ciao wo wo wie wo 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 Bis zum nächsten Mal.